Moin, ich bin Kai von Kallis Angelshop und heute möchte ich euch gerne mal zeigen, wie man mit der Brandlandsrute vernünftig werfen kann. Da haben einige von euch den Wunsch geäußert, dass ich das nochmal zeigen sollte und das machen wir heute. Wir sind jetzt heute mal direkt zu uns nach Neustadt an den Strand gegangen. Eigentlich haben wir heute sogar ideale Brandungsangeln-Bedingungen, aber heute geht es mal nicht um Fische fangen, sondern ums Werfen. Wie werfe ich mit meiner Brandsrute dahin, wo ich auch hin möchte? Wir haben Zuschauer, was machen die hier am Strand? Dann kommt ihr Mann, dann gibt es Ärger. Ja, jetzt sind wir unten bei uns am Strand. So sind die Eingling-Bedingungen eigentlich, wie sie sein sollen, wenn wir angeln würden. Schön ein bisschen aufgelandigen Wind, aber heute geht es erst mal ums Werfen. Wie werfe ich mit meiner Brandungsrute so effektiv, dass ich den Köder dahin kriege, wo ich ihn hinhaben möchte? Egal ob Spinnrute, Fliegenrute, Brandungsrute. Es geht eigentlich immer nur darum, ein Gewicht kontrolliert möglichst weit raus zu kriegen, wo wir angeln möchten. Und dabei hilft uns unsere Angelausrüstung. Da ist es auch wichtig, dass die Kombination Rute, Rolle, Schnur und das Gewicht, was wir befördern wollen, vernünftig miteinander harmoniert. Falsche Kiste. Und das möchte ich euch jetzt gleich mal zeigen. Und hier wirklich drinnen, das sieht gut aus. Hier. Sowas schick. Gut. Wir probieren da mal was aus. Also bei dem Beflaunen liegen von dem Glei, dass es möglichst weit fliegt, hilft uns natürlich auch unserer Ausrüstung. In dem Fall, die Brandungsrute. Hier haben wir eine dementsprechende Brandungsrute mit 4,25er Länge. Eine große Rolle, die die Schnur auch anständig aufwickelt. In dem Fall habe ich mich für eine geflochtene Schnur entschieden, weil die noch einen dünneren Durchmesser hat und dadurch auch etwas weniger Reibung, dass sie schön weit fliegt. Die ganze Kombination Rute, Rolle, Schnur, wenn das vernünftig aufeinander abgestimmt ist, dann kann ich auch tolle Wurfweiten erreichen, wenn ich das Gerät dementsprechend beherrsche. Die Rute, die nutzen wir quasi als Katapult. Die Rute selber laden wir mit Energie auf, beschleunigen sie auf einen Stopp-Punkt, wo sie dann schlagartig ihre Energie entlädt und das Blei beschleunigt. Rute, Schnur muss immer schön auf Spannung sein. Ich darf also keine Lose in dem ganzen System haben. Das Blei und die Schnur und die Rute, das muss immer schön auf Spannung sein. Dann beschleunige ich die Route immer weiter, ich darf nie nachlassen zu beschleunigen, auf einen Stopp-Punkt. Und an diesem Stopp-Punkt, wo das Blei fliegen soll, da muss ich die Route mit der höchsten Energie aufgeladen haben, muss die Route stoppen, damit sie ihre Energie schlagartig entlädt und muss dann auch zusehen, dass ich die Route auch beruhige, dass sie nicht so hin und her schwingt. Und wenn ich jetzt Druck beim Wurfaufbau, dann spannt sich ja die Route, lädt also Energie auf und auf den Stopp-Punkt, wo ich die Schnur loslasse, wird die Energie schlagartig entladen und dieses Schwingen hier oben. Das muss ich halt gucken, dass ich das ein bisschen beruhige nachher im Wurf, dass das nicht so doll nachschwingt, indem ich zack und ein bisschen Druck aus der Route rausnehme, dass sich die Festerei lädt, dass das nicht so doll nachschwingt. Es ist auch bekannt, dieses Nachschwingen der Route als Counterflex, da reden viel die Fliegenfischer drüber, aber das ist bei allen anderen Routen genauso eigentlich, dass ich versuchen muss, die Route zack, gleich zu beruhigen, dass ich diesen Counterflex, dieses Schwingen, dieses Nachschwingen nicht so habe, damit die Schnur anständig fliegt. Eine Beschleunigung auf einen Stopp-Punkt, das ist wichtig und da muss ich halt gucken, dass ich das Blei in der vernünftigen Flugbahn kriege, dass das so einen schönen Bogen fliegt, damit es möglichst weit fliegt und nicht hoch und plumpen es wieder runter, da bringen wir nicht weiter und auch nicht da unten schießen, das schlägt jetzt ein, ja irgendwo hier vorne, wo ich es nicht haben will. Deswegen muss ich gucken, beschleunigen, Stopp-Punkt abschießen lassen. Ja, beim Werfen mit so leistungsstarken Routen, wie diese hier sind und geflochtenen Schnüren, entwickeln sich auch starke Kräfte und unwahrscheinlich viel Druck. Das würde mein Finger nicht so lange mitmachen. Deswegen, es gibt da verschiedene Methoden, den Finger halt ein bisschen zu schützen. Da gibt es so Fingerlinge, die man sich rüber stecken kann, so Wurfhandschuhe oder ich nehme jetzt aktuell einfach so ein bisschen Klebeband, damit ich mir nicht die Haut vom Finger reiße. Das ein bisschen rumwickeln, nicht zu strammt, dass man sich die Blutzufuhr abklemmt und das muss noch ein bisschen Gefühl drin sein. Jetzt, damit das anständig fliegt, haben wir hier so ein bisschen aerodynamische Bleie. Das ist auch von Routen zu Routen ein bisschen unterschiedlich, mit welchem Gewicht die Routen am besten klarkommen. Das muss ich dann für meine Routen auch ein bisschen rausfinden, welches Gewicht ich halt mit meiner Routen am idealsten beschleunigen kann. Es steht auf den Brandes Routen eigentlich immer drauf, bis 200 Gramm Wurfgewicht, bis 250 Gramm Wurfgewicht, egal ob die Routen leistungsstark ist oder nicht. Das ist halt so üblich hier in Deutschland, dass die Routen alle so mit 200, 250 Gramm Wurfgewicht angegeben werden. Heißt aber noch lange nicht, dass sie das auch ideal werfen können. Also hier hängen wir das Bleigewicht am Ende der Schnur ein. In dem Fall, weil halt im Wurf so extrem starke Kräfte auftreten mit diesen leistungsstarken Routen, habe ich hier vorne vor eine Schlagschnur angeboten. Also die ersten 10 Meter sind mit einer dickeren, geflochtenen Schnur in dem Fall, um halt diese Kraft bei der Beschleunigung abzufangen, damit die Schnur nicht reißt. Und im hinteren Stückchen ist jetzt eine 0,15er geflochtene Schnur. Da braucht die Schnur nur hinterher fliegen und je dünner die Schnur da ist, umso weiter kann es halt fliegen, weil da halt weniger Reibung entsteht. Es ist mir wichtig, dass ich die Routen vernünftig halte, indem ich jetzt als Rechtshänder die Routen so halte, dass ich den Rollenfuß zwischen den Fingern hier in der Mitte habe. Dann ist es wichtig, dass das Schnur, das Röllchen, das Ende, wo die Schnur hier rauskommt, drehe ich mir hier nach oben so ein bisschen auf die rechte Seite. Dann kann ich idealerweise die Schnur einfach so hochziehen. Jetzt ist es halt wichtig, dass ich keine Lose im ganzen System drin habe, wenn ich den Bügel aufmache, dass hier die Schnur gespannt ist. Weil, wenn ich den Bügel jetzt so habe, ich die Schnur jetzt so hochnehmen sollte und den Bügel auftehe, was habe ich denn? Dann verhakt sich das hier eventuell oder ich habe hier Lose in der Schnur und das ist alles nicht gut für den Wurf. Ich sehe auch immer wieder, dass die Leute die Routen hier oben anfassen und dann hier so die Schnur irgendwie festhalten und den Bügel aufmachen. Was habe ich denn? Lose Schnur. Die springt einfach so von der Rolle runter. Und wenn ich die Schnur so mit der ganzen Hand festhalte, dann habe ich nachher auch keine Kontrolle mehr über die Route, weil ich die Schnur ja loslassen muss. Deswegen idealerweise hier festhalten, das Pendeln in einer gewissen Länge lassen, Schnur noch das Rollchen nach oben drehen, Schnur an den Lenkrand ziehen, gut festhalten, Bügel aufklappen. Jetzt mit der anderen Hand das hintere Ende der Route anständig umfassen. Jetzt lege ich das Blei nach hinten hin ab und halte wieder das ganze System stramm. Jetzt nicht so in der Luft lassen, weil jetzt würde ich, wenn ich das jetzt beschleunige, ziehe ich erstmal ins Leere und kriege dann plötzlich einen Schlag in die Route. Das will ich nicht. Jetzt halte ich die Routenspitze ein bisschen tiefer. Die linke Hand geht ein bisschen höher, dass ich die Route beschleunigen kann, indem ich mit links ziehe, mit rechts drücke, nach vorne gucken, wo das Blei hinfliegen soll. Ich beschleunige die Route bis hier. Hier habe ich nachher meinen Stopp-Punkt, wo ich die Schnur loslasse. Und ich ziehe mir die Route immer hier an den Körper ran, da habe ich meinen Stopp-Punkt, dann kann ich die Route nicht am Körper vorbeiziehen. Weil wenn ich so vorbeiziehe, das hier los, dann ziehe ich die Route an den Körper vorbei und ich habe wieder dieses Schwingen hoch und runter, wo ich viel Energie verliere. Halten, stramm halten, linken Arm hoch, hingucken, wo ich hinwerfen will. Mit links anständig ziehen, die Route beschleunigen, auf den Stopp-Punkt. In dem Fall kann ich auch gar nicht weiter runter mit der Route, außer zu diesem idealen Stopp-Punkt, weil mein Arm gar nicht länger ist. Und ich die Route mir hier an den Körper ran ziehe, hier stoppt die Route und zieht nicht am Körper vorbei. So, das mal im Ernst. Stamm legen, vernünftig stehen, Route gut festhalten, Schnur festhalten, beschleunigen, Stopp und loslassen. Und selbst durch dieses Tape merkt man den Druck schon ganz schön am Finger. Deswegen, das ohne Tape, da muss man schon echt stabile Haut haben. Und das ist ihm auch egal, mit welcher Route, es ist immer, oder bei welcher Angelart, es ist immer eine Beschleunigung auf einen Stopp-Punkt. Dass die Route sich entlädt und das Gewicht halt fliegt. Beschleunigung auf einen Stopp-Punkt. Und keine Lose im System haben. Und dann klappt das. Ja, das war es jetzt mit dem Werfen. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Informationen mitnehmen können und könnt das umsetzen nachher. Würde mich freuen, wenn ihr denn erfolgreich am Wasser unterwegs sein könnt und euer Angelgerät gut beherrscht. Dass ihr dementsprechend gute, weite Würfe erzielen könnt. Besucht uns gerne bei uns im Laden. Wir würden uns freuen. Lasst einen Daumen da. Folgt uns auf Instagram und Facebook. Bis demnächst. Mein Volk.